Mein Name ist Paul Reichstein. Ich bin hier der Schlosser in Oberkochen sozusagen. Ich habe meine Jahre in Afrika und Australien hinter mir gelassen und bin jetzt hier auf der schwäbischen Ostalp gelandet. Gebürtig eigentlich in Stuttgart. Sehr schön in unserer Landeshauptstadt. Mich hat es auch immer wieder hierher gezogen. Seitdem bin ich hier im Oberkochener Raum, Heidenheimer Raum groß geworden und lebe jetzt hier mit meiner Tochter und mit meiner Frau in einem alten Stellwerk der Eisenbahn. So, was ich zu meinem beruflichen Werdegang sagen kann, bin ich sehr verbunden mit Metall, mit Schweißen, mit Herstellungen von kleinen Skulpturen oder auch größeren Sachen, die für den Hausgebrauch allzu Zweckmäßigkeiten führen oder auch nicht oder nur Dekoration darstellen. Ja, ich höre gern Musik, Reggae, Dub und bin aktiv in einem kleinen Soundsystem eingespannt sozusagen. Wir machen Veranstaltungen für einen guten Zweck, verlangen keinen Eintritt und sind meistens drei Tage lang beschäftigt, die Zeltplan aufzubauen, abzuwürgeln, um Kabel zu stecken und Boxen zu schleppen. Ansonsten fahre ich gerne Fahrrad, Tischtennis und sonst was, was wir in der Schule alles gehabt haben, klatschen und singen natürlich auch. Mathe bin ich nicht so gut. Ich habe leider nur einen Hauptabschluss gemacht und danach noch zwei Ausbildungen angeschlossen. Von dem her komme ich mit meinem schulischen Werdegang bis jetzt ganz gut klar. Und für alle Mithörer, die jetzt noch was aus ihrem Leben gerne mitnehmen möchten, von meiner Seite her ist, das Ziel vor Augen nicht verlassen, sich nicht vom Weg abbringen zu lassen, so gut es geht. Und auch wenn der erste oder zweite Anlauf nicht klappt, der dritte oder vierte, wird es wahrscheinlich schon sein. Also nicht gleich alles von sich werfen, weitermachen und seiner Idee treu bleiben, so gut es geht. Peace out, I'm Mikrovar DJ Rich.